ja kann doch nicht sein dass wir hier so lange warten alter das ist eigentlich mit gelöst ich weiß du bist du mit oder die macht feier und freut so okay ja von richtung richtung akkommigen tor vor der vorne hier schlafen ich hoffe du klebst jetzt aber auf super wohl kleiner die burschen nehmen die sede versichert ja wo erbsten mit ja das ist noch eine maske dritter der berg runter ich habe es gesagt wir haben bestimmt schon da vorne aber die hören auch nicht genau so wenig wie wir, das ist schon gut also ist schon richtig gut so wie der Regen auf Gras das ist gar nicht mehr großartig schreit jetzt so immer in der Garagenbude für den Pommesbude ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube ich habe das gehört von wo? also wo ich in der Garagenbude reingelaufen bin, habe ich das irgendwie rechts gehört bei mir rennt was rennt was raus auf die Straße das geht und mir wird fast praktiziert hol ich mir, wenn ich es sehe dann hinter Minus Eis ist die Tasche voll, Alter wir können da abzumachen ja so und wieder ein TBU-Löser ich komme vorgerannt ja darfst du noch mal rauszufallen von euch keiner, oder? nein nein ok, dann renne ich jetzt rein und das ist das ich höre, das rennen hier drüben rumläuft, das hörst du ne, steffen, steffen ja 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 ich habe vergessen meinen Filter einzufügen ich habe ja ja ich habe mich im Haus ab und kümmer so stellen, da wird der Ton leise Dann wird er wieder laut! Nice! Ja, WD40, Gasanalyse oder irgend so was? Nein! Das wird kein WD40, das wird Bauschau! WD40, deine Flasche, habt ihr mitgenommen! Achso, könnt ihr! Ja, nein, die Frage ist, ob ihr was drauf? Ich will nicht, wenn hier ja... Jungen, wir haben hier abgestempelt. Hast du mal deinen Kontostand angeguckt und mal unsere? Ja, 1,3 Mille habe ich. Zwei Gasmasken, paar Steffen noch, ja. Was sind die, die mit dem seitlichen Filter oder was? Na gut, Atemschutzmasken, die Lackiermasken, ja. Die weiße, die Pläne. Oh, nice! Kontext! Mach wenigstens ein Regenlaser! Und ich hab noch solch der MZ... Ne, ich hab die Komplexe, aber trotzdem laut. Ja, da kann man eigentlich Boma Richtung Kulti, oder? Ich geh da zurück! Ja, ich meine, gut, ein bisschen Edertöntel, mein Defekt! Äh, ja. Na, dann machen wir los! Ja, ich geh nochmal runter an die Vorderrichtung, ich sag. An die Vorderrichtung. Okay. Dann kommt dann die Boteige hoch. Ja, ja. Ich geh da hinten an den Spelchen mal ran. Spelchen? Ja, hier hinten ganz hinten vor der Spelchen ist. Achso, okay. Ich bin ja nicht in der Mann dran. Ich bin sauer! Ich bin sauer! 7,2,6 x 1,5. Das ist halt einfach. Hast du aber einen von euch? Nein! Oh, das ist ein guter! Ja! Der Alte ist noch da. Nach wie du dich graus hast, du bist im Großbruch immer. Ja, ich bin hier vor dir, das seht ich. Also unten. Ist das finanzfähig, oder? Ja, ich war schon hier. War noch Schmutz. Achso. Okay. Der Steffen ist auf der linken Seite vor der Felsen. Mhm. Ja. Ja. Aber Performance eigentlich gut, ja? Performance? Schatz war komischerweise bloß 78 FPS, aber übrigens gut. So ist das nicht von mir dran. Na, ey. Oh, endlich. Ja, voll. Ich bin ein bisschen eingeschränkt, was meine Vitalität angeht. Mit 100 Liter Sprit im Rücken macht das nicht so viel Spaß. Nee. Ich hätte nur so einen Propitalstick mitnehmen. Hast du nehmt? Irgendwas. Nee. Für unten rennt er's? Achso, ist er dir. Ja. Ja. Okay, komm runter. Also je mehr... Mehr... Oh Gott, nee. Wenn du da links guckst, gehen die FPS runter auf 70. Also wenn du genau Karten mitte guckst. Ist eigentlich schon wieder komisch. Vor uns waren's 100. Und war übelst laggy auf dem Server. Ja? Jetzt hast du weniger FPS, aber übelst flüssig. Das wie... Das ist schon wie hier totale Echo sagt. Das ist Serverbremsen hinaus. Und klar. Die brauchen ja alle dieselbe Performance, wenn du so nimmst. Ja. Wahrscheinlich auf so eben gelandet, wo bis heute Ds drin stecken oder was. Genau. 3,5 Zoll Disketten. 5,5 Zoll 25er. Nice. Schön, gewappelig. Nimm dir die Rewe, ne? Nee. Ich bin ja auch nicht im Lkw vorne. Kurz vor Blut. Ja, ja, ja. Mal schnell noch. Jupp. Brauchst du Werkzeug? Nö. Nö. Okay. Irgendwas schießt der gescheitert. Scheiße. Minus. Ja. Ist doch nicht gekürzt. Irgendwas schießt der gescheitert. Okay. Hab ich gehört. Auf dich oder was? Ja. Wo warst du? Da hat die Kugel an mir vorbeigeschossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Soundbuck ist. Richtung. Wo warst du da? Ich bin hier hinten bei Reni. Unten am Fluss. Höhe. Wo? An Höhe Scheißhaus. Ich liege hier unten. War da vorne. Bust du da. Hab was nachgeladen. Steh jetzt auf. Du bist hier am Scheißhaus. Ich bin hier. Ich war ja in den Mühebau da hinten. Hier hinten war ich. Ich hab tschiu. Ich war da so von dem Steff. Oh ja. Hat auch so ein Querschläger vielleicht. Bisschen später, oder? Da lag der schon längs. Das ist nicht genau, oder? Ich hab mal den Müheböcher. Alter, was ist hier los? Jetzt krieg ich ja fast. Ich hau ab hier. Mit der Schrotze komm ich nie weit. Na, ist recht. Wie das ist schon welche sind drüben? Auf der anderen Seite. Kann sein. Ist da drüben was an dem Baum? Da unten? Rechts vom Felsen. Ich seh nicht, ob dort was ist. Das sehst du nicht, du Kerl? Na, ich seh's auch nicht. Ich hab den Scope. Sehst du da auch nicht? Ah, gar keiner Scope. Scheiße. Wir spielen doch hier als Gefgeber, Junge. Ich bin hier vorne. Später hier. Das Gefgeber. Zumindest ist es gelootetes Gear hier. Cool, wenn's vorbei ist, ist es vorbei. Ist noch mal so. Scheiße. Ist jetzt hier. Wie wenn ich Freitag zum Dorf gehe? Dann rausgebe ich nicht raus. Ist halt so. Nice. Und manchmal läuft's nicht. Ja, das ist doch so. Was? Die Kehle runter, oder? Ja? Die Kehle runter, oder was? Ja. Okay. Haben wir mal erlaubt, einen Scaf zu erschießen? Ja, ist gut. Das ist ein ganz Teil. Ganz Teil gemacht. Endlich ein Tor zum Morden. Das ist ein Metall, David. Ganz kurz. War's ja. Schau. Gut. Und jetzt. Ja, unten, unten, wenn du so nimmst auf dieser Verbindungsding. Ja, dort schießt was. Unten. Auf dieser Verbindungsding. Ey, hier schießt eine Mausin. Ich kann das gar nicht. Das kommt nicht weit weg. Welches Verbindungsding? Ja, hier unten, wo du über das Wasser rein kannst. Man ist nicht so viel rum. Der springt hinten, der ist auf dem Verhältnis hinten. Wo der Scaf überstehen kann. Warum macht der nicht so einen Lärm? Da kannst du gleich hinrennen und sagen. Ja, grüß dich. Hier bin ich. Da hast du recht gehabt, Stefan. Hat einer auf dich geschossen. Hier unten. Was unten? Hier links unten ist einer. Das ist schon ein Kultisten-Dorf. Zwei. Ne, hier hinten ist auch einer mit einem Sniper. Hier unten sind zwei. Ja, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Der erste kommt zurück. Einen hab' ich. Einen zum Wasser. Oder, hab' ich den? Ne, hab' ich nicht. Fuck. Ich bin fast hier unten welcher. Wer rennt? Ich. Er hat den Einen auf dem Felsen, hab' ich gerade gesehen. Der hätte eigentlich spät sein müssen. Den hast du jetzt nicht erwischt. Ich auch, ich hab ihn mehrmals getroffen. Bist du aufpassen, dass der nicht von vorne kommt? Und? Ich schlade gerade nachher. Ich glaube, ich schirne links. Ich weiß ja ganz genau, wer in der Hütte ist. Schauen wir noch einen Nate hinter. So. Aber jetzt haben wir das nicht kontrolliert, oder? Ja, und jetzt. Ich push' mal vor. Ja, da liegt. Einen hab' ich. Ne, da sind nur noch zwei. Ja, hier ist noch einer. Hier ist noch einer unten. Ich hab' ihn. Ich hab' ihn. Aber jetzt schießt er auch noch irgendwas anderes auf mich. Ich denke nicht. Schießt du auf mich, oder was? Schießt du auf mich, oder was? Du hast in meine Richtung geschossen, oder? Ich? Aber drunter Richtung Kultistentorf geschossen. Okay, okay. Als zweier hab' ich. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein normaler Skipper war, oder ein Player. Der Einer hat hier Schallgedämpft geschossen. Der lag auf den Felsen. Da hattest er recht gehabt. Und der wird ins Wasser gerollt sein, der Einer. Der Einer hat hier Schallgedämpft geschossen. Und der wird ins Wasser gerollt sein, der Einer. Ich glaube, das Einer, was ich gerade weggemacht habe, war ein normaler Streff. Okay. Aber es sind zwei dort links hochgelogen. Und Einer kommt dann halt zurück, wo du angefangen hast, dort drüben zu schießen. Warte mal, hier kommt was. Der kommt hinten lang, kommt hinten lang. Hinter der Container. Ich kann nicht weg hier. Ab. Ab. Das war der Schallgedämpfte, ey. Der Schallgedämpfte. Alter, geil. Die Odung, Alter. Geil. Schießt du noch was, oder? Ich hab' nicht mal gehalten. Entweder hab' ich die verkehrten Gebühren auf, oder was? Ich weiß nicht. Geil, Alter. Hast du Binaural aus? Weiß ich doch nicht. Ne, David? Ich, ne, ich hab's wieder einen. Aber ich hab' ja hier Play 3. Bei einem so'n Lappen, Alter. Kommt angerannt, schießt süftisch und bildet er abhauen, ne? Der erste liegt hier. Der erste liegt hier. Der erste liegt hier. Am Wasser. Am Wasser. Am Wasser liegt nämlich auch schon eine Leiche weiter hinten Richtung Bootshaus. Und hier vorne an der Kurve, wo immer einer ist, hab' ich auch ihn weggemacht. Okay, ich schlutsch mal den. Ach, wie scheiß, die arme Sau. Ich guck aber. Ich guck aber. Ich guck aber runter wegen Gasmaske. Der MP5 hat er geschossen. Ach, ist ja kein Wunder, dass er nicht gehört hat, Alter. Guck doch mal an, was der für ein Helm kommt. Dänisch? Du bist so weit unten? Äh, müssen wir da mal angucken. Hab' nichts mitgenommen, könnt ihr euch gern den Schmutz. Ja, du bist eine Umhänge. Nützt noch nicht viel. Level 6 so, noch so eine arme Sau. Die M4 hat er gelootet. Den Rest schmeiß ich weg, weil... Arme Sau. Ja, das passt hier irgendwo hin, gell? Kann das sein? Da drüben war noch einer. Marsch, kommen wir zu euch. Ich guck mal. 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 Mutz. Ja, die müssen aus dem Jusack gekommen sein. Ja, unten ist... Okay. Okay, der hat mich gesehen, oder? Passend. Minus. Nice. Ich komm zurück, ich komm zurück. Der andere war bloß ein Sechster. Der hatte da einen Rucksack? Dankeschön. Ist noch einer drüben. Der hat bloß eine Umhängetasche und der andere hier, der hatte gar nichts. Der hat den drüben nicht. Ich guck mal, dass er noch einer abtschillt. Das war auch ein 14er Alter. VBO 215, no gesilenced. Aber das nehme ich nicht mit. Das ist alles hier von denen und arme Schweine, du weißt. Einen Rucksack hat der hier unten. Den kannst du mitnehmen. Deine. Minus? Ja, ja, habe ich. Ich nehme die VBO mit. Ist mir wurscht. Wo bist du runter hier? Ja, links am Felsen runter. Ja, links am Felsen runter. Ja. Ach, oder? Das gelootete Zeug kannst du mitnehmen. Aber den Rucksack kannst du dir einschalten. Natürlich. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht, ich brauche das nicht. Scheiße, das ist voll. Was ist hier los auf dem Server, Alter? Das sind ja russische Low-Level. Also ich glaube wir wären bald gebannt alle. Warum? Wenn wir alles wegwenden hier. Ob das nur andere macht, oder wir? Ja, aber die denken dann hier, wir sind ja übelstet die Cheater und so. das kämpft dafür wenn jetzt nur unterwegs sind die haben alle die gehörten bestimmt zusammen naja und ich nur noch kurz vor das vielleicht sein dass dein spiel jungen video von der prozent das ist gar nicht jetzt habe ich da irgendwo hier liegen laut ist ein spiel gestellt eigentlich eine volle bude vielleicht solltest du einfach mal lauter machen vielleicht ist bei dir das problem einfach die kreuzung ich habe mir angeschaut wie billig die waffe gemoddet ist noch haupt der bp ganz schön röteln mit dem ding ich fand das so lustig der kommt wirklich angerannt ich könnte bloß die aufstehen und die rennen ich dachte jetzt müssen die pushen urgeschnitten rumgerannt der schießt auf steffen und haut dann ab das wort ja der der oben log als in ihr felsen sondern alles 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 Es wird richtig heißes Wetter, oder? renny komm mal her du bist der ärmste ja gönn dir die haben sie eh bloß gelootet kannst du dir in den schieben jungen ist auch bloß das geld knifft oder 366 ap das ist die beste mani in dem kaliber vp also so haben könnte eine dran sein die kannst du rüber und die kannst du damit ak 209 spielen das ist so vieles um 90 körper der match die offen im zelt offen der rucksack da der passt da ja nicht schlechte den korps eigentlich auch für meine knifft jungen 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 sind wir hier auf dem pampi server die waren so schön licht ich würde mir denken die sind von hier hinten gekommen ich bin am zelt ich weiß nicht was er los ist vorhin schon die runde gut nie alle noch das ist der ende da war glücklich bisschen höher aber hier der ganze tisch abgeräumt noch sind nicht immer noch mal ein zwei teile so alles weg bei thai mann bitcoin in bitcoin ja ja ich habe bloß aufpassen dass keiner oben auf welßen ist er da pt pp weiter los gar nicht ich mag dort ungern hinter das ding ohne long range ich hab auch bloß ein schrotze du weißt doch aber wie es ist mit den dullis die hocken dann auf den felsen rum du siehst nichts richtiges meine stuhl und seine stuhl stürmen und seine seine dullis das geht ja stil die ja hat um die die auf dem liebsten die wester wie sie ist dann liegen sie oben auf den felsen rum und acht ohne long range alter der wii ich bin mir Eivans ey verdammt die Eivans ich bin mir Eivans BASTERD 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 COCKSUCKER BASTERD 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 Give up, bear. No way, man. You motherfucker. You better worry about bears. Hey, cocksucker. Ja, okay, das ist aber, wenn jemand auf. PIECES OF SHIT! Fucking Ruskies. Es geht, das ist aber. Fucking Ruskies. Sind doch gut, die Kopfhörer. Die Supreme FX, die sind mir irgendwie zu passisch gerade. Ja, ist das jetzt wie die Compteck gemacht? Ja, okay, die Compteck, schau die Supreme FX. Also, schau die Compteck. Okay. Da liegt wahrscheinlich eh noch auf dem Pelz, ne? Das klang ja wie Medik. Hä? Hä? Nee, das ist ja wohl hier vorne im Wald, Junge. Aufsicht, oder? Hier, und Topzerno. Okay, der Topzerno ist offen. Das ist nicht offen. Topzerno ist offen. Okay, komm. Und dann ist es aufgeschlossen. Komm auch mit mir aus, da raus. Komm auch mit mir aus. Komm auch mit mir aus. Und dann ist es ruhig, die Rutschecken, oder? Und was? Ohohohoho. Der Typ ist gerungst, Alter. Geh mal rüber, hör. Jedes Mal kriegst du einen Kuckschuss im Exit, Alter. Russland Krokodil. Was? Echt? Nice. War ne kurze Runde, aber... Der Moskowski hat einen Kopfschuss auf 78 Meter gekriegt. Nice, mit der Schreize. Ja. Mir ging es doch bloß eigentlich hauptsächlich da drum. Guck mal, ähm... Renni ist der Ärmste gerade. Der hat jetzt wenigstens die F4, hat den Spritz. Warum sollst du da weiter rumtrödeln drinnen? Gut, solange wäre die Runde gar nicht mehr gegangen. My Bioswarns. Bracade. Ja, oh, ich hab 3600 Punkte. Körpschuss. Brüßkopf, Körpschuss. So, der letzte, der weggerannt ist, dann hab ich einfach aus dem Hüft voll. Ich hab vier, vier Steffs. Nice. Drei Körpschüsse und einen Brüßkopf. David, David Frieser. Nice. Nice, Jum. Ja. Ah, wir sind alle MUSIC-TV-TV-universerte. Untertitelung des ZDF, 2020